Moin meine Freunde und willkommen zum kleinen anderen Video. Ja, ich stehe hier vor meinem Fernseher. Das soll jetzt kein Terrible Video sein über irgendwelche Fernsehers. Nein, heute geht es um ein ganz bestimmtes Spiel, wo ihr schon das Gameplay seht. Es geht heute um Borderlands 3 und zwar um die Abrechnung von Borderlands 3. Ja, viel Spaß mit diesem Video. Also, ich muss davor sagen, es tut mir leid an alle, die dieses Spiel vielleicht richtig toll mochten und so, aber das wird ein 100% Kritikvideo. Also ich werde komplett auf Kritik gehen, denn ich muss ehrlich sagen, ich hatte keinen Spaß mit diesem Spiel, obwohl ich Let's Played habe. Ich habe es nicht komplett Let's Played. Ihr habt schon gesehen, ich habe das abgebrochen und in den letzten Folgen hatte ich auch irgendwie gar keinen Bock mehr. Also das wurde immer schlimmer. Also ich habe irgendwie, kann ich es verstehen wegen, ja mach mal was, damit du was zum Spielen hast. Aber warum mit solchen Vollidioten? Also jeder in diesem verdammten Spiel ist ein Vollidiot. Kommt mir so vor. Ich kann mich nicht mehr ernst nehmen. Warum spiele ich das, Alter? Wieso sind alle so verrückt und wieso sterbe ich wieder? Und wir sollten darüber reden, bevor hier noch irgendwelche Kandidaten ankommen und sagen, Blu, wo kommt denn das? Blu, wann kommt denn das? Ja, deswegen reden wir lieber darüber und fangen wir direkt mal an. Und zwar mit den größten Kritikpunkt, glaube ich lieber, damit wir auch schon mal hinter uns haben. Und zwar ganz, ganz einfach um die Charaktere und um die Story. Was meine ich jetzt um die Charaktere? Na ja, ganz einfach gesagt. Im Laufe des Spiels bekommst du ja immer mehr Charaktere. So, Claptop, Leia oder wie die, Leila oder wie die heißt da, Firefly, keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegst du immer mehr Charaktere. Ich habe schon wieder alle Namen vergessen, weil es mir eigentlich auch egal war. Ich muss ja jetzt schon 100 Lisplays machen, da vergesse ich jeden Namen. Und wisst ihr, was an diesen Charakteren das schlimmste ist, nicht mal ihr Ziel oder was sie da genau machen oder ganz, es ist egal, was sie machen, sondern was sie da labern. Ja, denn die labern so ein wirrer Scheiß, wo ich mir jedes Mal dachte bei jeder Folge, was ist das? Ich habe übrigens das Spiel schon mal komplett durchgespielt. Also die ganze Story. Deswegen sagt jetzt nicht, du kannst doch kein Kritik hier machen, wenn du es doch nicht mehr durchgespielt hast. Ich habe es schon mal komplett durchgespielt. Ich habe es zwar nicht aufgenommen, weil ich keinen Bock darauf hatte. Auf jeden Fall sind die Bösewichte und generell alles ziemlich dumm gemacht. Es soll wahrscheinlich auch mit Absicht dumm sein. Und das ist auch denen gut gelungen. Aber für mich ist es ein dumm gelaufen, übertrieben. Was ich damit meine, ist ganz einfach, sie haben es übertrieben mit dem dumm sein. Weil die Charaktere sind so dumm, dass ich die Laune verloren habe. Man kann es so ein bisschen vergleichen wie mit Farquay 5 und Farquay 6, wo die Charaktere alle mal am verrückt spielen sind, während die halbe Welt am Untergang steht. Genau das ist hier schon bei Borderlands 3, nur dass es hier nicht die L ist, sondern eher das ist kein State L. Weil hier geht es ja um irgendwelche Schatzkammern. Und da kann man mal irgendwelche krassen Sachen finden und so. Und die Crimson Vaders, ne das waren die, das war irgendeine andere Gruppe. Auf jeden Fall waren das irgendwelche Kulimtisten. Das waren die Bösewichte. Und davon sind das die Zwillinge. Und die wollen ja die Schatzkammer. Und wir haben irgendwas von den Schatzkammern. Und deswegen verfolgen wir uns die ganze Zeit. Ja. Und jetzt kommen wir schon mal um den Kritikpunkt. Ich komme nicht mal vorbei daran. Die Labern ja die ganze Zeit müll. Und ich habe da schon Farquay 5 und Farquay 6 angesprochen. Denn was besser ist an Farquay 5 und 6 statt Borderlands 3 ist, du kannst die Scheiße überspringen. Du kannst nach dem Prolog. Kannst du einfach machen, was du willst. Du kannst. Du musst nicht mal irgendwelche Neemission machen. Und wenn du mal Neemission machen möchtest, dann kannst du es einfach ignorieren. So. Und du kannst ganz gespannt die Welt genießen und alles ist schön. Du musst nicht diesen Scheiß darum spielen. Aber bei Borderlands ist es so. Nicht mal wenn du die Story spielen möchtest. Geht dir das Spiel die ganze Zeit auf den Sack. Wirklich. Bei jedem Kampf schreit die irgendeinen Gegner. Und die Prinzenmädchen. Sie beschützen uns. Und oh nein. Die Zwillinge. Sie wollen doch meine Mutter haben. Und was weiß ich. Was labern die da die ganze Zeit für einmal. Ich dachte jedes Mal so. Hört doch auf zu labern. Ich wollte natürlich auch nicht die Audios ausmachen. Weil naja. Was wäre denn das für Let's Play. Wenn ich da jetzt die Audios ausmache. Da kann ich auch gleich das Let's Play komplett enden. Hab ich auch. Aber das ist so ein Scheiß. Und hier seht ihr zum Beispiel schon einen Charakter. Wie ist der Wauf oder so. Warum oder wie wird der ich. Und er ist ja natürlich alle dumm. So sehen wir ja direkt hier. Und wirklich. Kein Charakter hat mir in der ganzen Borderlands 3 Kampagne gefallen. Keiner. Wirklich keiner. Ein bisschen die dicke Ellie. Aber nur so ein bisschen. Weil ich die Synchronsprecherin toll finde. Aber hätte ich das jetzt auf Englisch gespielt. Da würde ich wahrscheinlich noch mehr aufreden. Aber wirklich. Gar keiner. Hab ich mich gefreut. So weil. Jeder immer auf dieses typische. Wir müssen jetzt lustig sein. Dumm. Humor. So. Ey. Der heißt nicht in die Hose gekackt. Das ist ja lustig. Und so. Hätte du so. Hey Tina. Warum sagst du dazu Pizza. Weil man Pizza überall hin liefern kann. Shorty. Und die Leute so. Oh. Ist das eine Pizza. Prächtig. Und jetzt Husch. Trinkgeld. Gibt's nicht. Und dann ich so. Kein Trinkgeld. Kabumm. Lucia. Pizzas öffnen Türen. Das ist was ich sagen will. Wirklich das erste Mal wo ich das gespielt hab. Fand ist noch okay. Genauso wie beim Let's Play. Ich fand's in Ordnung. Wie dieser Claptop. Mal seine Witze da getoppt hat. Weil es ist ein lustiger Roboter. Aber dass es jeder macht. Wirklich jedes auch. Boah. Das hab ich so sauer gemacht. Gut. Mecker. Ich mach nicht weiter über diesen Punkt. So. Ich hab jetzt genug da rumgelabert. Kommen wir mal zum anderen Punkt. Und zwar das Gameplay. Was ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen gefallen hab. Also es war okay. Aber eigentlich eine große Kritik. Und zwar das Gameplay. Weil es halt ein bisschen nicht so schmackhaft war. Du hattest zwar die verschiedenen Waffen. Die jedes Mal immer was anderes waren. Das war toll. Aber es war halt überhaupt nicht toll mit den ganzen Gegnern. Vor allem wenn du merkst, dass die Gegner nur noch mehr aushalten. Weil du schießt die ganze Zeit auf diesen Gegner. Und dann stimmt der immer noch nicht. Weil er so viel Leben hat. Dass du da nichts reißen kannst. Egal welche Waffe du hast. Und das hat mich schon ein bisschen aufgeregt. Und dann kommt da auch noch eine ganze Gegnermasse. Wo du die ganze Zeit nicht klarkommst. Genauso wie das Sterbesystem. Was bei Borderlands 3 natürlich besonders ist. Was mir überhaupt nicht gefallen hat. So. Dieses Sterbesystem soll ja so sein, dass du dann nicht direkt stirbst. Sondern dass du dann noch eine Chance hast, wenn du jemanden killst. Dass du wiederkommst. Ich muss mich ein bisschen nach unten strecken. Weil die Kamera ein bisschen weiter nach unten gegangen ist. Auf jeden Fall sorgt doch das System, dass du einen Gegner killst. Dann bist du wieder am Leben. Das klappt aber nicht immer. Vor allem weil die Gegner immer irgendwo ganz woanders stehen. Dann halten die viel zu viel aus. Und dann schaffst du das nicht mehr. Und dann spawnst du wieder. Bei dem Spawn Teil. Wie auch immer das heißt. Spawnst du da wieder. Und ja. Kannst wieder 50 Meter laufen. Also das ganze System ist halt überhaupt nicht durchdacht. Und komplett bescheuert. Ja. Und weil ich ja gerade über die Charaktere geredet habe. Reden wir jetzt nochmal komplett über die Story. Keine Sorge. Es wird schnell gehen. Schnell durchlaufen. Also wie gesagt. Unsere Jungs haben eine Schatzkammer. Aber wir werden verfolgt von den... Dingern. Von den Kunstmelders. So heißen die, glaube ich? Ich weiß nicht. Sehr aufgequart. Sind da zwei Zwillinge. Die uns verfolgen. Und die wollen Stress natürlich. Und die funken eigentlich die ganze Zeit an. Und erst reparieren wir unser Chef. Dann machen wir irgendwas auf einen anderen Planeten. Dann haben wir eine Schatzkammer gefunden. Dann versuchen wir die nächsten Schatzkammer zu finden. Bis dann die Zwillinge alle uns klauen. Und dann irgendein Endkampf auf den ersten Planeten. Wo wir wieder waren. Und der Endkampf ist dann halt gegen einen Zwillinge. Das ist der... Bruder? Ja. Ich habe keine Ahnung. Wie er heißt. Diese Namen sind übrigens komplett bescheuert. Ich habe bei jedem Namen mir immer gedacht. Hä? Den vergisst du doch wieder nach. Die nächste Folge. Also bringt das doch gar nichts. Auf jeden Fall. Wenn du das hast. Ist es noch nicht vorbei. Nein? Dann kommt noch ein äh. Weiterer Planet. Wo du dann wieder 50 Sachen finden musst. Damit du die Apokalypse stoppen kannst. Und dann musst du noch die Schwester klären. Die sich in irgendeinen Mutanten verwandelt. Also ihr merkt schon. Die ganze Story ist komplett verwirrt. Und bescheuert. Also wie ist mir jetzt ordentlich so... Gut gelungen. Dann war ja noch so ein kleiner Ägelo. Da waren wir ja letztes Mal. Bei der Villa von Jacob. Die fand ich geil. Die fand ich wirklich nice. Also das. Äh. War das einzige was ich. Das ist doch noch okay für andere. Aber alles andere war scheiße. Ja. Mehr habe ich glaube auch nichts mehr zu sagen. Das Endgame relevant sind. Gibt es nicht viel. Worst für ein paar Nebenaufträge. Die du machen kannst. Aber wie gesagt. Weil dich jeder Nebenauftrag immer auf den Sack geht. Aha. Fand ich das jetzt auch nicht so toll. Verschiedene Charaktere. Ja okay. Haben da mal eine Fähigkeit anders. Da mal eine Fähigkeit anders. Aber ist auch nichts großartiges. So. Aber wirklich. Viel Endgame relevantes. Gibt es da nicht. Du kannst da auch nichts großartiges machen. Ja. So Leute. Am Ende wollte ich euch nochmal sagen. Dass ich das Spiel nicht. Für mich. Also für meine Meinung. Nicht empfehlen kann. Und wenn euch dieses Spiel gefällt. Holt es euch einfach. Ist mir egal. Aber es war halt nichts für mich. Das Video wollte ich euch einfach nur machen. Weil. Um euch zu zeigen. Dass ich halt. Diese Spiele manchmal nicht so toll finde. Und deswegen werde ich bei denen spielen. Wo ich halt kein Bock habe. Auch mal was dazu sagen. Ja. Das war das Video. Ich hoffe euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao ciao.